Was ist Zynismus? Das ist die Einführung einer Haushaltsabgabe für den maroden Privilegien-Stadel ORF. Und die Haushaltsabgabe ja genauso, wenn ich die Leute dazu zwinge, ein Saisonticket fürs Freibad zu kaufen, dass sie nicht gehen, oder eine Liftkarte zu kaufen, die sie nicht verwenden. Und das alles nur, um den Golden Handshake für manche Leute am Königlberg sicherzustellen. Dafür sind wir Freiheitliche nicht zu haben, denn jener, der sich die Big Bang Theory oder die 194. Folge der Simpsons anschauen möchte, der kann das auch auf Netflix tun und hat wahrscheinlich schon ein Abo. Dazu brauchen wir nicht, noch zusätzlich 30 Euro im Monat zu bezahlen.